Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu einem neuen Live Commentary. Nein, kein Live Commentary in dem Sinne, sondern ein Commentary über mein Leben als PS3 Zocker, das ich ja so gerne euch zeigen will, weil, ja, wie lebt da eigentlich so ein Zocker und wie nimmt da eigentlich seine Commentaries auf? Kann ich euch einfach mal sagen, am besten gehen wir mal da rein, wo sich das Leben eigentlich abspielt als Zocker und zwar 24 Stunden am Tag. So, seht ihr alles? Ja, ich denke schon. Heute habe ich echt die Bamm-Ausleitung am Start, sprich, ich kann heute keine Live Commentaries machen, weil ich einfach nicht online komme, weil da immer steht, Verbindung ist schlecht und muss jetzt mal ein Live Commentary mit meinem Handy machen, mit dem Hotspot, funktioniert auch und da liegt jetzt gerade ein Video hoch. GTA 4, die Ballade auf G-Tony. Yo, Digga, das läuft gerade und ich will euch mal zeigen, wie es daraus aussieht. So ein Elgato-Programm, das ist jetzt das Elgato-Programm von, ja, von dem Game Captur HD-Ding. Da habt ihr zum Beispiel jetzt hier die ganzen Sachen, die Videos, da YouTube, ein Video in Bearbeitung da unten und jetzt kann ich euch mal zeigen, wie man eigentlich ein Live Commentary macht. Dazu geht ihr einfach auf Captur und jetzt habt ihr das ganze Programm vor euch und da gibt es bei dem Elgato-Programm ein ganz gutes Zusatzding, das heißt Live Kommentar. Das ist immer dabei und ja, da könnt ihr zum Beispiel jetzt hier auf das, mit dem Maus-Ding hier auf Mikrofon an, zack, oder auf Mikrofon ausgehen. Wenn ihr auf Mikrofon an habt, dann müsst ihr nur in das Headset sprechen, was ich hier habe. Das Headset ist hier angeschlossen an meinen Laptop, zack, und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen, mit kommentieren und da hört ihr schon, da seht ihr schon, da tut sich was. Ja, seht ihr, ich spreche rein und der Sound kommt in das Video rein. So, Edit, machen wir auch mal hier wieder, zack, jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Da hinten ist meine PS3, meine Heilige Tum, muss ich wirklich mal so sagen, es ist wirklich mein heiliges, mein heiliges Ding. Erstmal muss ich was essen, Digga. Sorry, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Was sagt ihr dazu? Sagt ihr dazu was? Habt ihr Hunger? Oh, das macht echt geil. Und jetzt gehen wir noch mal runter, damit ich euch wohl euch noch meinen Bunker zeigen. Meinen Bunker. Zack, liegt aus hier. So, kommt einfach mal mit. So, ich will euch jetzt mal meinen Bunker zeigen, den ich hier so habe. Und das ist echt ein geiles Ding. So. Uah. Upp. So. Ja, das ist mein Bunker hier. Da habe ich alles am Start. Wasser. Und wenn ihr mal Hunger bekommt, haben wir sogar Waschpulver hier. Kann ich auch mal ein Schlückchen essen. Ist sehr vitaminreich. Ja, aber ein bisschen schwer verdaulich, das Waschpulver. Aber sonst schmeckt es eigentlich. Man kann es essen. So. Ja, das sind hier noch ein paar Blümchen am Start hier. Und ein paar Bananen. Es sind ja cool to well hier. Und hier noch ein paar geile Filme, die am Start sind. Aber mein Lieblingsfilm ist auf jeden Fall Avatar. Den müsst ihr euch wirklich mal reinziehen, Digga, wenn ihr mal Zeit habt. Und ja, ich sage tschau Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Haut rein. Tschau. 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 Tschau.